Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über The In Aller Freundschaft für Folge 912. Stress bei den Verkehrsbetrieben, die Telefone stehen nicht still und Katja Brückners Kollegin Dori Sander explodiert, weil Kollege Gerber nicht rechtzeitig für Ersatz gesorgt hat. Dabei bricht sie mit heftigen Bauchschmerzen zusammen. Katja ruft den Notarzt. In der Sachsen-Klinik will sich Dori nicht untersuchen lassen. Schließlich haben sich die Beschwerden verflüchtigt. Doch Dr. Roland Heilmann und Dr. Maria Weber bestehen auf einer Untersuchung und entdecken einen Mesentereal-Infarkt, einen der gefährlichsten Notfälle in der Medizin überhaupt. In einer Notoperation kann das Schlimmste vorerst abgewendet werden, doch es bleibt die Frage, warum eine so junge Frau einen Darminfarkt hat. Miriam Schneider erwartet den Besuch ihrer Mutter Linda. Miriams Freundin Rieke sieht darin eine gute Gelegenheit, sie endlich einmal kennenzulernen. Doch die erste Begegnung der beiden steht unter dem denkbar schlechtesten Stern. Rieke fährt Linda nämlich versehentlich mit dem Fahrrad an. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Rote Rosen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss!